Hoher Besuch beim Bayern-Training. Während sich die Nationalspieler auf die kommenden Länderspiele vorbereiten, haben der dreifache Weltfußballer Sinedine Zidane und Ex-Bayern-Spieler Willi Sagnol dem deutschen Rekordmeister einen Besuch abgestattet. Bis Mittwoch hospitieren die Franzosen an der Serbener Straße. Zu Beginn des dreitägigen Aufenthalts fand bereits am Montag ein Treffen mit Karl-Heinz Rummenigge statt. Neben Zidane und Sagnol ist unter anderem auch der ehemalige französische Nationalspieler Claude Markelel zu Gast beim deutschen Meister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017